Musik Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Oh, Tag, der ist du dann. Ich will mal sagen, Worldwide Edition, da sind wir ja gar nicht. So, wir haben in dieser Ebene auch alle besiegt. Das heißt, wir können in die nächste gehen. Ähm, zu Hause haben wir Kartenladen. Gehen wir zum Schluss, weil ich da dann auch gleich Karten kaufen... Uh, Schiete. Guck mal, nein, rein da, los. Was sagt der mir? Hallo? Was geht ab? Hier werden wir momentan keine Turnierbewerbung angenommen. Wer so spielt da einen anderen Tag? Hallo, wir turnieren uns, äh, oder was? Sag ich doch. Ja, ich sag's auch. Los geht's. Let's duel. So. Nun heißt es 15 Minuten Parts machen. Äh. Oh mein Gott. So, wollen wir mal gucken, was mein Gegner alles so zu bieten hat. Wir haben auf jeden Fall... Oh, schön. Verstärkung verdeckt. Und dazu gibt's dann noch eine Kopfgeldjägerin. Äh, Kopfjägerin. Und... Eine Fallgrube. So. I am my... Oh, scheiße, ich hab vergessen, den Zeitpunkt auszuwählen. Nein! Dunkler Feuersoldat! Nein! Oh mein Gott! Stirb! Bing! Tot. So einfach kann's gehen. Ha! Den haben wir jetzt auch geil. So, Timing. Ähm... Wenn ein Monster... ...einen Kampf ankündigt. Okay. So, womit greifen wir an? Goblin Angers, so natürlich immer das Beste zuerst. Oh yeah! So, Battle Phase. Und jetzt geht's rund. Nein, Attacke! Nein! Und Attacke! Tschüss! Und tot! Naja, fast die Hälfte verloren, das ist schon mal geil. Gefällt mir. Oh oh. Ja, mein Monster ist in death. Was willst du da machen? Blockangriff? Dunkler Feuer... Ruf mir ein dunkler Feuer, sei da... ... ...Soldaten. Das sollte schon massig Schaden machen. Bam, gib ihn Du sollst ihn töten, Mann Gibt's doch nicht Alter So, Attacke Nein, will ich nicht, geh weg Und tschüss Wenn wir es geschafft, dann ist der hier schon Down Und das in einem guten Zeitrahmen Oh, schwarzer Rot-Augen-Grache Nice, den rufen wir jetzt aber nicht Das wäre unlogisch So, Battle Phase Ähm, schöne Kopfjägerin, Attacke Nein, ich bin so blöd Oh mein Gott Ich habe meine Falle aktivieren müssen Mir fehlen ein paar Punkte, um das Monster zu zerstören Hier, guckst du Guckst du weiter Bam, jetzt er tot Ach, fuck off, ey Wie man schon sehen kann Hat dieser Kerr keine Chance gegen mich Weil ich einfach zu verdammt gut bin Burgmond verdeckt Battle Phase Und wir greifen lieber am besten direkt mit dem dunklen Feuersoldaten an Weil der ist ein bisschen stärker Ach, komm schon, ey Das ist unmöglich Alle haben sie immer den Pinguin direkt So, Feuersoldaten direkt wieder rufen Und den Zug benden Oh yeah Du bist dran So, ein verdecktes Monster wird sicherlich Sicherlich wird das wieder so ein Scheißding sein Ein Pinguin soll das bestimmt Kommt verregt dran Nein, ein Hanne-Hanne Ist halb so schlimm Warum halb so schlimm, weil es nur ein Monster zurückwirft So Und mal wieder Ach, Gottchen, ey So, dann versuchen wir es jetzt zu Ende zu bringen Activate my Spellcard Überwollende Hatcher Hatcher Oh yeah Das bräuchte doch länger für dieses eine fucking Duell Als ich gedacht hab, ne Ey, das kann nicht dein Ernst sein Oh Scheiß, das ist unmöglich Nein, will ich nicht Geh weg Boah Ich krieg ihn einfach nicht tot Ich krieg ihn partout nicht tot Egal, was ich tu Äh, auch noch zu beenden gehen Och, ich bin so blöd, ey Ohne Scheiß Umzu würde ich mir gerne mal selber in den Kopf Bashen Ja, ich nehme den Monster zurück Und zwar einmal das Und Einmal Nein Oh Gott, ich bin so behindert Oh mein Scheiß Oh mein Gott Wie kann man sich so blöd verhalten, Leute Ohne Schmuh Attacke Bam Stirb So, geht doch Endlich Hat ja lange genug gedauert Wie kann man so blöd sein Und sich so verklicken Unmöglich, sowas 314 dp Rrrrt Hallo Ja, wir wollen uns duellieren Ich werde als nächstes ein paar Tage skippen Sobald wir genug Karten haben Um dann die ersten Turniere auszulösen Damit wir schnellstmöglich auch ein bisschen Abwechslung mit drin haben Und nicht nur diese ganzen normalen Random-Duelle So Ähm Was machen wir? Panzer 6 im Angriffsmodus So Und dann beenden wir den Zug Aha Ach ja Das ist ja Thea Die hat ja keine Ahnung Wie man Duel-Monster spielt Sie kann es einfach nicht, Leute Sie kann es einfach nicht Und jetzt macht sie mich fertig Ich sehe es kommen Und ihrer Feuerprinzessin Oder auch nicht Tja Tschüss Viel Schaden Womit hat sie eigentlich die Tausend gekriegt? Achso, dein Kito Ich war jetzt bei Dingsy Wie heißt die Karte noch? Egal Ihr wisst, welche ich meine Oder? Ja, natürlich wisst ihr das Ihr seid schlau Ihr seid die schlauesten überhaupt Das klingt jetzt sehr sarkastisch, glaube ich, ne? Dislike Dislike Er hat mich beleidigt Dislike So, ähm Tja 1500, 1600, 1700 Das ist übel Oh, doch nicht Hafengeist Machen wir jetzt so Ich rufe jetzt den Buster Blader Im Angriffsmodus Der geht weg Und Der geht weg Bing, bing Sauber Und dann der überwollende Hedger Auf, mein Monster Haben wir zwei über 2000er Monster Jetzt hat er keine Chance mehr Die Tja Der Gartner ist so gut wie er ledigt Bam Und? Bam Ach, fick dich doch, ey Ohne Scheiß Das kann nicht sein Wie kann man so ein fucking Glück haben? Alter Oh, immer diese dreckigen Glückspilze Die immer so ein Scheat Ja, ich weiß Jetzt werden wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben Äh, den Goku Du hast auch immer voll Glück Bei deinem letzten Duel Zocken mit den Abonnenten Nein Nein Kisei Tai Ja, Kisei Tai ist so ein ekliges Insekt Das gibt ihr immer die Hälfte meiner Angriffspunkte auf die Lebenspunkte Also Lebenspunkte, Lebenspunkte, pass auf Bling Oh 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 Verdeckt Wir müssen dringend Schaden machen Sonst heilt die sich die ganze Zeit und geht mir auf die Nüsse Okay Dunkler Feuersoldat Angriff Nein, oder? Noch ein Das macht es fast unmöglich, ihr vernünftigen Schaden zuzufügen Aha Nein Ja So, was machen wir? Wir nehmen uns natürlich Prinzessin von Zorugin, oder? Ne, doch nicht Nehmen wir uns den weißen Zauberhut Scheiße, ich hätte die Prinzessin nehmen müssen Nein Ja, genau, du bist jetzt schon wieder Ach, jetzt verstehe ich auch, warum sie alles verdeckt gelegt hat Ach, so ein Schmuh, ey So, Battleface Attacke Der Beschiss ist einfach Wir machen nicht genug Schaden Oh mein Gott Und sie heilt ihre Punkte immer weiter Immer weiter, immer weiter In die Höhe, in die Luft Spannend So, jetzt heizt sie sich wieder Bling So ein fucking Shit, ey Wir rufen den weißen Zauberhut Oh yeah Nein, den will ich nicht flippen Kann ich nicht switchen Okay, Angriff So Damit ist dieses Lebenspunkte auffinden schon mal erledigt Und wir machen noch ein bisschen Schaden dazu Bling Und abgeschlossen Oh, wieder eine verdeckte Karte Oh mein Gott Ja, Pantherkicker im Angriffsmodus Vielleicht schaffen wir es da sogar in diesem Zug, diese blöde Platt zu machen Weil es ist ein Zauberhutangriff Bam Ihr würdest mich verarschen Die geben mir auch keine Möglichkeit, irgendwie vernünftigen Schaden zu machen Peng Und Peng Scheiße, ich hätte den Pinguin umdrehen müssen Umdrehen müssen Boblin weg Okay Mit dem Pinguin hätte ich gewonnen Aber egal Ach, wer soll es wissen Das Monster Nimm dein Monster zurück auf die Hand und verpiss dich Geh nach Hause Tschüss Thea, 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 du bist tot Beschwören Oh yeah Und Attacke Und da ist sie tot Letzter Angriff, tot Bam In dein Gesicht Jawohl So spielt man Krass Wofür haben wir so viele Achso, wegen der Lebenspunkte Uh, gegen die können wir ruhig öfter spielen Wenn ihr sich immer so viel heilt Geile Sache Wollen die Oma noch Ja, machen die Oma noch So, los geht's Ich hab gewonnen und darf anfangen Geile Sache Okay Was versteht deine Oma schon vom Duellieren? Bestimmt mehr als ich Ho, ho, ho Witzig Total Ich hab mich schon niedlich Ich hab mich schon Ich hab mich lange nicht mehr so tot gelacht Du kannst mich mal Na, so schlimm ist das nicht Jetzt hab ich mich ein paar mehr Angriffsmonster Goblin-Angriff-Trupp Im Angriff-Modus Und jetzt Battleface Jetzt tut's erstmal ein bisschen wie das Kompenguin-Soldat Hysterischer Elf Nice Nice Nicht schlecht Gar nicht mal so übel die Karte Man opfert zwei Monster Und kriegt dann sogar Lebenspunkte wieder zurück Das ist cool Und das hat was Ja, genau So ein Drecksmonster macht mein Goblin tot Das ist so peinlich So So, die Panzerechse wollen wir noch mit dem Ausrüsten Damit ihr ein bisschen mehr Power habt Bam Das soll Das müssen wir jetzt aber mal schnell schaffen Hulk hat Schnaffen gesagt Schaffen meine ich nicht Schnaffen Oh mein Gott Man sollte nicht um 20 vor 2 Uhr morgens Ähm, so viel spielen Das macht Gagga im Kopf, Leute Ich sag's euch Bling, 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 bling Ewige Ruhe Toll Äh, äh, Panterkrieger im Angriffsmodus Los Wenn die beiden angreifen können, bin ich gut So, Gifrid, greif das verdeckte Monster und töte es Du bist so eine dreckige Hure Echt ohne Scheiße So, töten Angriff Opfer Gifrid Bam So, das war's jetzt fast Äh, das ist ein Scherz, ne Da ruft die Oma Magier Der schwarzen Chaos Und ich hab nichts dagegen Toll, sei stolz auf dich, Oma Ey, wenn die mich jetzt fertig machen, das ist so peinlich Na, so können wir's auch gerne machen Das können wir noch weiterspielen, das Spiel Machen wir mal jetzt Inselschildkröte verdeckt So Ja, oh, du bist auch dämlich, Oma Bam Noch 500 Lebenspunkte, die ist tot So, das war's Ich rufe jetzt meinen siebenfarbigen Fisch und töte sie Ohne den Mangel schwarzen Chaos auch nur beseitigen zu müssen Geile Sache So, nachsichtige Jungfrau Tot Peng, so spielt man Tja, wer's kann, kann's halt, ne Und das, der, der's kann, der kann halt alles So Sauber So, wir beenden den Part Dankeschön fürs Zuschauen Ich kaufe gerade dieser Part Geilfein und schreibt hier wieder an, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh Tag des Dueland Hustlein, Hustlein Bis zum nächsten Mal Tschüss, euer Dengoku